Und dann wollen Sie zu diesem Video hier am Mittwochabend. Ich habe euch ja einige Votings gegeben. Wir machen so ein bisschen den Saisonabschluss einfach mit Abstimmungen zum VfB zur Saison und gehen jetzt hier mal durch, wer die Dinger gewonnen hat. Bester Spieler, wir gehen von unten nach oben durch, Anton Kobel, Silas Kaleitsch und gewonnen hat das Ding mit über der Hälfte der Stimmen, Wataru Endo. Wer hat die beste Entwicklung genommen? Wir haben Klimovic, wir haben Förster, Kaleitsch und dann ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, Silas und am Ende hat es gewonnen, Borna Sosa. Von wem war es nicht so seine Saison? Wir haben hier Karaso, wir haben Koulibaly, Stenze, Klemend und klar gewonnen hat das Ding Erik Tommi. Was war der beste Transfer, den wir dieses Jahr getätigt haben, diese Saison? Wir haben Stenze, Mafropanos, Anton Kobel und mit über der Hälfte der Stimmen holt das Ding Wataru Endo. Das beste Spiel der Saison. Wir haben ein 1 zu 4 in Augsburg, wir haben ein 2 zu 3 gegen Dortmund, ein 1 zu 4 in Mainz und ein 5 zu 1 Sieg zu Hause gegen Schalke. Aber ganz klar, dass hier um mit so 70, 80 Stimmen und fast 100% davon das 5 zu 1 in Dortmund gewonnen hat. Das beste Tor. Wir machen hier noch eine Honorable Mention mit rein, weil war halt immer nur maximal 5 Stück möglich zur Abstimmung. Kommentar war noch das Tor gegen Köln von Magalat, paar Sekunden. Ja, hätte es auch verdient gehabt reinzukommen. Wir haben das 5 zu 1 von Hidawi gegen Schalke, wir haben den 1 zu 1 Treffer gegen Gladbach von Endo. Wir haben das 4 zu 1 von Koulibaly in Dortmund, wo er schon Hummels austanzt. Das 2 zu 2 von Kalajic gegen Union und gewonnen hat das Silas Solo zum 2 zu 0 gegen Mainz. Und kam nicht so oft vor, aber gehört auch dazu das schlechteste Spiel. Wir haben ein 0 zu 2 gegen Bielefeld, wir haben die erste Halbzeit in Köln. Wir haben das 0 zu 4 in München und dann ganz klar gewonnen mit über 80% das 0 zu 3 in Bielefeld. Die Szene der Saison, da auch erstmal 2 Honorable Mentions. Das 2 zu 2 von Silas gegen Gladbach und der Spielzug, wer wirklich traumhaft rausgespielt war. One-Touch-Fußball, Dortmund auseinandergenommen und dann leider der Innenpfosten von Klimowitsch. Dann im Voting haben wir den Kampfpass vom 0 zu 2 in Augsburg. Wir haben nochmal kämpft, das 3 zu 3 Last-Minute-Treffer in Hoffenheim. Wir haben die Kobel-Elfmeter-Parade gegen Leipzig mit einem Fuß gegen Latte und dann haben wir Kalajic, Doppelpack gegen Union. Und dann war klar, dass das Ding gewinnt. Silas Katompa Mwumpa mit seinem Slow-Motion-Treffer zum 2 zu 0 in Bremen. Der beste Joker, Philipp Klement, González, Didavi, Philipp Förster und gewonnen hat das Ding dann am Ende Sascha Kalajic. Die alten Haudegen. Wir haben Kaminski, wir haben Didavi, Graal, Al-Gadoui und gewonnen hat mit deutlich mehr Abstand Gonzalo Castro. Verletzungsgeplagt. Ja, das waren einige. Wir haben Mola, wir haben Tommy, wir haben Mafropanos, Ekloff und hier im Voting hat es ganz klar gewonnen Nikolas González. Wir fangen an mit Votings, die irgendwie dann auf einmal wieder deutlich, deutlich mehr Stimmen hatten als andere. Also wir haben viele mit so 70 Stimmen, dann eben jetzt die letzten paar auf einmal mit 250, 350, fast 400 Stimmen am Start. Goat der Saison. Wir haben so ein bisschen den Spaß gemacht mit Philipp Förster, unser Kanal-Meme, unser Kanal-Running-Gag so ein bisschen. Hat es nicht geschafft. Ja, die Goat-Kombination wurde quasi Sosa und Sascha. Der beste Bundesliga-Debutant, da kam natürlich auch raus, eigentlich hätten wir da 15, 16 aufstellen können, wenn wir ganz genau gewesen wären. Aber ich konnte nur fünf auswählen. Wir haben Klimovic, Kulibali, wir haben Endo, Karlajcic und gewonnen hat. Ja, der Shootingstar, der sich eben verletzt hat, Silas mit 64 Prozent. Dann das beste Interview gab es zum Glück. Auch die Aufklärung in den Kommentaren hatte ich tatsächlich vergessen gehabt. Augsburg war das Interview, wo Karlajcic und Rino hin und her gestärzt haben und das Interview von Schalke war, wo Karlajcic die Augen geküsst hat. Am Ende des Tages dann hat auch dieses Interview nach Schalke, die Kombination aus den beiden Kollegen, das beste Interview gewonnen. Und jetzt zur Abstimmung auch mit den meisten Stimmen. Honorable Mentions haben wir hier bei Fanliebling noch Mangala und natürlich das Kanal-Meme. Förster ist immer Fanliebling, deswegen habe ich da gar nicht erst aufgestellt. Wir haben noch Sosa, Kobel, Silas, Endo und gewonnen hat das Ding Sascha, Karlajcic mit über der Hälfte der Stimmen. Und wir haben noch die Startelf der Saison gemacht. Am Ende des Tages durch die ganzen Verletzungen geführt, eine Startelf, die wir so, ja, vor allem gegen Saisonende geführt, nie mehr gesehen haben natürlich. Wir haben Kobel, wir haben Kempf, Anton Afropanos, Mangala, Endo, Sosa, Silas und dann haben wir Castro, Karlajcic und Förster. Und natürlich auch da Clara Gonzalez, schön in den Kommentaren drin, hätte man reinnehmen können. Aber dann packen wir so ein bisschen so auf Platz 12, so ein bisschen auf Auswechselbankposten, weil er eben nur 15 Spiele gemacht hat. Ja, und damit haben wir quasi so ein bisschen den Saisonabschluss gemacht. Vielen, vielen Dank an jeden, der hier abgestimmt hat. Ist doch ganz cool, am Ende was bei Rummen kommt, so ein bisschen Community eingebunden. Muss sein, gerade beim Thema Fußball, gerade beim Thema VfB, muss das sein. Machen wir natürlich in Zukunft auch weiter. Ihr kennt es aus Vorberichten und Nachberichten mit Man of the Match und so weiter und Prognosen. Jetzt hier quasi ein Video nur dem gewidmet, der Community, dem VfB. Ja, dem VfB, ja, der VfB-Saison haben sie hier quasi offiziell abgeschlossen. Jetzt beginnen dann bald die EM. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.